Hey Leute, ich bin Conny, mit dabei ist wieder Roblox Victor und wir spielen erneut den Big Brain Simulator. Ihr habt mir alle fleißig in die Kommentare geschrieben, dass es in dem Simulator noch richtig viel zu entdecken gibt. Und deswegen spielen wir ihn nochmal, weil wir haben beim letzten Mal gar nicht drauf geachtet, da oben sind Wolken. Und tatsächlich, wenn unser Brain bigger wird, können wir höher hüpfen. In diesem Video ist es mal unser Ziel, da oben auf die Insel zu kommen. Man kann sie gar nicht sehen, weil mein Hirn im Weg ist. Da oben auf diese Insel. So, wenn ihr jetzt mir zum Beispiel zuschaut, ne? Du kannst ja auch springen mittlerweile, oder? Wir können zum Beispiel auf diese Wolke da springen. Oder durch die Wolke springen. Komm hoch, wo bist du? Ich seh dich nicht, mein Hirn ist zu groß. Mein Hirn ist auch zu groß, wer kennt es nicht? Ah, da bist du, hallo. Oh, ich muss mein Hirn verkaufen. Dein Gehirn ist voll. Verbessere oder verkaufe, um mehr Platz zu bekommen. Zum Beispiel, warte, oh mein Hirn ist doch schon verkauft. Auf jeden Fall, auf den Wolken gibt es immer so Münzen, die kann man einsammeln und die geben... Fast nix. Ja, die geben, die geben ehrlich nichts, Alter. Die geben nichts. Ja, das war enttäuschend. Aber wir wollen endlich herausfinden, was da oben auf der Insel ist, weil die haben wir komplett übersehen. Und hinter der Insel geht es sogar noch weiter. Das ist also wirklich so wie Bubblegum-Simulator. Hm, den ich nie gespielt habe. Und ich bin mir sicher, wenn wir jetzt auf die erste Insel kommen, dass ich dann wirklich diese Tore auch öffnen werde, die wir hier beim letzten Mal entdeckt haben, dass wir uns dann immer auf die Insel teleportieren können. New Island discovered. Peaceful field. Als ob du schon da hochgegangen bist. Ich bin hochgekommen. Jetzt muss ich aber auch hochkommen. Ja, komm hoch. Ich warte auf dich. Na gut, ich komme hoch. Ich nehme auch die Münzen auf den Weg mit. Ich glaube, wir sind zu... Ah, ich wurde da gefallen. Oh, da ist eine große Münze, die nehme ich. Nehmt ihr eine rote? Eine große. Oh Mist, mein Hirn war voll und dann war das Bild verdeckt. Mein Hirn war leider voll. Das passiert mir auch jeden Tag. Leute, kennt ihr das? Ihr wollt gerade eine Münze vom Boden aufsammeln und auf einmal ist euer Hirn zu voll. Ich hasse es, wenn das passiert. Jeden Tag. Okay, ich bin auf der Insel. Ich bin nicht auf der Insel. Ich bin nur über der Insel. Okay. Da ist so ein Typ mit einem Piratenhut und ein Fragezeichen auf dem... Oh, du musst das Fragezeichen anklicken. Warte, das Fragezeichen hätte man anklicken müssen. Ja, ja. Komm her, komm her. Zu den unteren oder zum oberen? Okay, lass du erst zum unteren gehen. Ich komme. Ja. Ah. Da bist du ja. Okay, wir mussten das Fragezeichen anklicken. Okay. Oh, das war's. Howdy. I have something nice for you. Bei mir ist es deutsch. Howdy, Roblox, Connie. Ich habe etwas Tolles für dich. Oh, was ist das? I have a double coin ability. Wanna try it for five minutes? Nein, der will uns was andrehen. Ja, bitte. Was? Wir haben es wirklich? Oh mein Gott, wir haben es bekommen. Das ist true. Come on. Verkaufen. Let's go. Let's go. Oh, das hat funktioniert. Ich habe ein volles Hirn verkauft. Darauf erst mal gleich ein besseres Buch kaufen. Also, ich habe schon das violette Buch. Ich habe das Slime auf Deutsch. Das Limettengrüne. Limettengrüne, ich bin Anton. Ich kenne Wörter. Ich habe jetzt mittlerweile das violette Buch. Oh, jetzt habe ich ein Portal hier. Weil ich auf der Lille war. Ja, das meinte ich. Aber ich war noch nicht drauf. Ich will aber die Münze dahinten. Die große Münze will ich haben. Ich habe irgendwas in meinem Hals hier. Irgendwie Krebs oder so. Scheiße. Die große Münze bringt tatsächlich ein paar mehr Coins. So um die 2.000. Uh, 2.000. Ja gut, das war dann die, die ich aufgebaut habe wollen. Friedvolle Felder. Yeah. Ja, Mann. Ich komme auch hoch. Ich kaufe mir kurz ein größeres Gehirn. Ich habe mir kurz eins gekauft. Ich komme auch hoch. Ich bin oben. Warte. Ich komme hier da oben. Warte, ich komme auch hoch. Sammle. Oh. Oh. Was ist da passiert? Ah ja, man kann regelmäßig IQ sammeln, ja. Du kannst dein Gehirn komplett aufsammeln, glaube ich, oder? Nee, das war nicht komplett. Nicht, oh. Ich habe keine Ahnung. Okay, die bringen einem aber auch was. Okay, was kann einem dieser Typ hier anbieten? Hast du uns was anzudrehen? Hi, Roblox, Connie. Did you wish it was easier to hit the clouds? Ja, Mann. Dann habe ich nur das Ding für dich. Willst du den Speed Game Pass für 5 Minuten versuchen? It's completely free. Ja, bitte. Hier. Oh mein Gott, wir haben Speed. Wir sind auf Speed. You already have Speed. Have fun. Danke, Bruder. Ich bin so schnell. Was für ein Ehren, Mann. Du weißt, dass das Dealer sind. Die geben einem das erste Mal kostenlos. Und danach muss man playen. Danach für Robux. Wenn wir addicted sind. Ich finde schön, wie die chinesische Flagge jedes Mal größer wird. Digga, ich habe irgendwas in meinem scheiß Hals, Digga. Ich muss die ganze Zeit husten. Oh, das nächste, das Magenta-Buch, das kostet 500.000. Oh. Ich mache mich auf zur nächsten Insel. Ich habe sie erreicht. Ich kaufe mir mal mehr Gehirn. Okay. Bevor ich den typischen IQ kapsel. Ja, 10.000 IQ. Ich gehe aber mal runter, weil ich muss mir ein besseres Buch kaufen. Wolltest du das Magenta-Buch? Ja. Ich komme hoch. Zu der Insel. Jo, ich bin da. Ich warte auf dich. Ich komme hoch. Das ist schon ein bisschen hoch, kann das sein. Ah, ich bin runter. Wir warten auf dich, Victor. Ich komme. Du kannst ja nichts dafür, dass du so ein kleines Hirn hast. Ich habe eine IQ von 70.000. Ich habe eine IQ von 88, 92, 96, 100.000. Oh, ich muss mein Gehirn verkaufen. Ich habe eine neue Island entdeckt. Snowy, Snowy. Hallöle. Hallöle. Jetzt habe ich keinen Gehirn mehr. Okay, was willst du mir andrehen? Willst du mal Doppelspringer ausprobieren? Ja, bitte. Cool, hier hast du. Versuch mal zu springern. Wow. Siehst du, wie hoch ich springe? Oh mein Gott, ich habe Doppelspringer. Ich habe Doppelspringer. Damit kann ich einfach doppelt springern. Ich springe einmal und dann springe ich nochmal. Oh, jetzt hat es nicht funktioniert. Doppelspringer doppelt so hoch, ist das nicht krass? Doppelter Springer. Leute, liked das Video, wenn ihr das auch fantastisch findet, wie wir doppelt so hoch springen können als davor. Leute, liked die Video, wenn ihr auch 700k mit eurem Gehirn verdienen könnt. Ich springe so hoch, oh mein Gott. Ich muss mir mal ein neues Gehirn kaufen. Mein Gehirn ist nicht mehr... Jedes Mal. Ich muss einfach zweimal ein neues Gehirn kaufen. Jedes Mal. Warte mal, das doppelte Geld ist schon weg? Fünf Minuten sind schon rum? Was? Ja. Wir wurden gescammt. Ja. Ich bin schon auf der nächsten Insel. Warte, ich komme auch gleich hinterher. Ich konnte nur nicht hinterher, weil mein Gehirn immer voll war. Ja, ja, ich gehe runter. Ich gehe runter zum Verkaufen. Damit ich mir ein neues Buch kaufen kann. Damit ich schlauer werden kann. Weil das Buch, weißt du, das taugt schon was, aber nicht so gut. Hier oben ist aber keine Person. Ja, wer will auch da oben sein, wenn man noch höher sein könnte. Aber da unter uns sind da auch immer noch zwei Leute. Oder sind das diese Low Brains? Das sind die Low Brains. Oh mein Gott, geht das ja schnell jetzt mit dem Magenta Buch. Ja, das Magenta Buch ist fett. Deswegen hatte ich auch das Problem, mein Hirn war ständig voll. Und deswegen musste ich immer wieder runter. Ah. Er soll einfach höher kommen können. Ich fühle mich so dumm. Ich kaufe mir jetzt ein neues Gehirn. Du brauchst ein neues Gehirn, wenn du ein Magenta Buch hast. Ja, ich habe jetzt 200.000. Ich glaube, das ist immer noch zu wenig. Ich habe 400.000, ja. Das ist zu wenig. Ja. Man muss zu hoch. Oh mein Gott, das bist du. Ich bin gekommen, ja. Hallöle. Hallöle, ich hänge im Sand fest. Was? Ich komme hier nicht mehr raus. Dein Kopf hängt im Sand fest. Leute, ich will auch. Leute, ich hänge im Sand fest. Ich will auch. Ich komme hier nicht mehr raus. Okay, ich muss mein Gehirn wohl verkaufen. Jedes Mal. Oh Gott. Guck dir diese Big Brains an. Oh mein Gott. Ich kann die Portale nicht mehr finden, weil die Gehirne von den anderen zu groß sind. Wunderschön. Okay, wie viel Brain ist in der IQ-Kapsel? Wow. Warte, ist hier auf der Insel niemand, der uns was andrehen will? Nein, da ist niemand. Was ist mit den Dealern von heute passiert? Wir haben alle Drogen ausprobiert. Ah, scheiße, ich bin runter. Hallöle, ich bin wieder oben. Hallöle. Doppelsprung geregelt. Doppelsprung regelt. Baby, komm, wir gehen Richtung Wolke 10. Ah nein, mehr Speed ist schon zu Ende. Ja, Speed ist einfach vorbei. Und Doppelsprung ist auch nicht mehr lange. Wir müssen das jetzt ausnutzen. Ja, wir müssen ganz nach oben kommen. Ach, mein Gehirn ist groß genug, um so weit zu sprengen. Ach, ich bin runter. Ja, fuck. Nein. Weil man kann auch nichts sehen wegen seinem Gehirn. Ja, weil das Gehirn ist zu groß. Das Gehirn ist im Weg. Kann man das Gehirn ausstellen? Beim Bubblegum Simulator konnte man die Bubble ausstellen. Warte. Nee, geht nicht. Das Gehirn bleibt für immer groß. Ich weiß nicht, ob ich die Insel treffe. Ja, ich hab sie getroffen. Ich komme, ich komme, ich komme. Die müssen echt mal ausstellen, dass man sein Gehirn hier sehen kann. In dem Big Brain Simulator. Ich glaube, du kannst rauszoomen, dann geht das eigentlich halbwegs. Ja, aber wie weit soll man irgendwann rauszoomen? Wenn es noch größer wird. Ich hab fliegende Steine entdeckt. Ich komme hoch. Ja, Mann. Ah, nein, ich bin kurz sauer. Da ist mir eine Last vor den Schultern gefallen. Okay, wie viel bietet die IQ-Kapsel hier oben? 35.000. Ja, auch gut. Ich seh eben nicht mal meinen Oberkörper mehr, Digga. Ich seh einfach nur meinen Kopf. Ja, verkaufen ist echt entlastend, nicht wahr? Wer ist da eben vorbeigefallen? Warst du das? Nein, das ist so ein anderer Roblox-Süßer. Oh nein, mein Doppelsprung ist weg. Oh nein. Was soll ich nur machen ohne meiner Doppelsprung? Mein Doppelsprung ist auch weg. Oh mein Gott, das ist nicht gut. Hab ich mir jetzt mit diese 2,5 Münzen, Digga. Ich seh den Mond da unten. Du mal mit deinem Mond. Ja, jedes Mal, ich seh den. Ich komme. Ich wette, wir können die IQ-Kapseln von unten wieder aufsammeln. Ne, noch 20 Sekunden. Oh mein Gott. Ich bin schon so lange. Möchtest du wieder schneller sein? Ja, bitte. Jetzt kostet's Geld. Ich wurde gescammt. Ich wurde gescammt. Warum? Ich hab gerade 200.000 IQ verkauft. Und ich hab kein Geld bekommen. Ich wurde gescammt. Da, wo ich ja komme, nennt man das nicht scammen. Jetzt hab ich IQ verkauft, aber kein IQ verloren. Hä? Wow. Super. Obwohl, ein Brain-Click können wir machen. So. Okay. So Leute, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst ein Like da. Schreibt einen Kommentar, was wir jetzt nächstes Mal machen sollen. Und lasst auch ein Abo bei meinem Freund... Was ist denn da vorbeigeflogen? Ein Vogel. Da ist ein Vogel. Okay. Okay, Leute. Das war's dann. Lasst bitte auch ein Abo bei meinem Freund RobloxViktor da. Er gibt sich richtig für Mühe. Er hat gerade mit YouTube angefangen. Bis dann und... Tschau! Oh mein Gott, Digga. Das ist der größte Arz der Scheiß. Das macht sich sehr viel Mühe, Digga. Holy shit. Haha.